Hi, ich bin Jalun von Lexwear und nach einer intensiven Auswahlphase der Jury stehen jetzt die Top 10 unserer Lexwear 100k Challenge fest. Bei mir sitzen Suse und Pippa von Mantimanti. Es freut mich sehr, dass ihr beide da seid. Vielleicht stellt ihr euch einfach mal ganz kurz vor, wer seid ihr und was macht ihr? Wir sind Pippa und Suse von Mantimanti und mit Mantimanti haben wir eine Brand für Kinderbrillen gegründet. Genau, also jedes vierte Kind in Deutschland trägt tatsächlich schon eine Brille. Das sind erschreckende Zahlen, vor allem weil sie stetig weiter steigen und es ist eben kein deutsches Phänomen, sondern ein globales. Und gleichzeitig erleben Kinder immer noch dieselben Herausforderungen, also von Stigmatisierung angefangen bis hin zu wenig Auswahl, Passform und so weiter. Und wir haben einfach gedacht, wieso kann man nicht eine richtig coole Marke gestalten, das Thema Kinderbrille so aufladen, dass Kinder Bock haben, wie wir Erwachsenen am Ende auch ein Accessoire für sich darin verstehen. Und ja, das ist unser Auftrag. Also wirklich all die Kinder, die jetzt eine Brille brauchen, auch echt glücklich zu machen und selbstbewusst mit einem klaren Blick sozusagen in die Welt zu schicken. Also vor allem dieses Dreieck aus Funktionalität, aber auch Nachhaltigkeit und natürlich Design zusammenzustellen. Das ist sozusagen die Herausforderung, die wir uns annehmen wollten und die wir auch geschaffen haben. Und dadurch einfach ein sehr gutes Produkt und diese Welt rumzuschaffen, sodass es Kindern und Eltern gleichermaßen richtig Spaß macht. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen? Ja, also in so einer Zwischenphase von meiner letzten Gründung, als ich dachte, okay, ich will noch mal was Neues machen, gab es ganz viele Ideen. Und irgendwann hat mein Sohn seine Sonnenbrille verloren, was eigentlich so ein Klassiker ist. Und ich dachte, das kann ja jetzt eigentlich nicht wahr sein. Ich kann nicht schon wieder in den Laden laufen, die gleiche Brille besorgen. Ich finde die nicht mal richtig gut. Warum mache ich nicht selber so ein Side-Project und mache eine nachhaltige Kindersonnenbrille? Und in der Recherche ist aber eben tatsächlich dann dieses, oh Gott, jedes vierte Kind trägt jetzt schon eine Brille. Es werden immer mehr, wenn wir den Blick nach Asien, also so ein bisschen fast forward werfen, dann ist es teilweise schon neun von zehn Kindern, die eine Brille brauchen. Und gleichzeitig wird der Markt dem überhaupt nicht gerecht. Also sowohl das Thema Brillenprodukt an und für sich. Es gibt, wie gesagt, sehr wenige. Es gibt wenig Markenverständnis. Es ist immer noch so, dass die Brillenschlange lebt. Ja, also es ist nicht weg. Und wir haben einfach gedacht, okay, da muss sich was ändern. Und deshalb ist Platz für eine Marke, für ein richtig gutes Produkt und tatsächlich den vollen Fokus auf Kinder. Weil Kinder ist ganz häufig in ganz vielen unterschiedlichen Branchen eigentlich so immer noch, das machen wir noch dazu. Wir haben schon das Erwachsenenprodukt, das ist unser Kernfokus. Und Kinder machen wir noch so dazu. Und wir glauben, gerade wenn man sich den Trend anguckt, ist es super notwendig, den ganzen Fokus auf Kinder zu legen. Und zusätzlich ist es aber auch unsere Mission, dieses ganze Thema Augengesundheit bei Kindern noch mal viel mehr in den Fokus zu rücken. Es gibt auch eine große Dunkelziffer von 15 Prozent aller Kinder, die unwissentlich mit einer Sehschwäche durch die Gegend laufen. Und das äußert sich dann ein Problem in der Schule, Fehldiagnosen in Bezug auf zum Beispiel ADHS, Kopfschmerzen. Und da muss einfach viel mehr Aufklärung auch stattfinden. Und das ist auch so ein bisschen unsere Mission dahinter. Kommen wir noch mal kurz zu euch als Person. Was für Hintergründe bringt ihr denn mit oder was für Expertisen bringt ihr mit, dass ihr dann eben auf so eine Brillenbrand gekommen seid? Und was hebt euch auch noch mal oder unterscheidet euch von anderen Brillenherstellern? Also ich glaube, wir bringen beide einfach diesen Gründergeist und diesen Drang mit, dass wir was verändern und schaffen wollen, weil wir das beide in der Vergangenheit schon gemacht haben. Also ich habe viel in Startups gearbeitet. Mein erster Job war schon sozusagen im Startup. Und es hat immer gekitzelt, dass ich irgendwann, wenn die richtige Idee passt, die länger als irgendwie zwei Wochen im Kopf bleibt, dass ich dann irgendwann auch noch mal selber was machen möchte. Und als Suse mit der Idee kam, war sofort klar, okay, das muss sich verändern. Das kann nicht sein, dass es so unfair verteilt ist, dass die Generation von morgen einfach nicht die Chance hat, dieses Produkt einfach was mitten im Gesicht sitzt, mit Spaß behaftet zu erleben, sondern sich in eine Erwachsenenwelt begeben muss. Und genau, da war für mich total klar, das ist eine schöne Mission und das möchte ich mitmachen. Das bedeutet, genau, sorry, nochmal vielleicht zu deinem Hintergrund. Ja, also mein Hintergrund ist als professionelle Brillenträgerin, seit Kindestagen an. Das heißt, ich kenne die Erfahrung, ja, also vom Augenarzt rauszukommen, das erste Mal ein Rezept zu haben und anzufangen zu weinen, weil ich einfach denke, so Gott, jetzt sehe ich total anders aus. Ich kann mich damit nicht identifizieren, ich fühle mich nicht wohl. Das schwingt da auf jeden Fall mit, weil ich möchte einfach, dass Kinder sich wohlfühlen können mit so einem Produkt, was so zentral ist. Aber tatsächlich ist es so, wir sind auch ein bisschen aufgeteilt. Pippe hat ganz viel, alles, was Marketing und Finance Operations Background ist. Bei mir liegen sozusagen eher alles, was Content-Themen sind, was Design anbelangt und eben Produktentwicklung. Und ja, so hat sich das am Ende auch ein Stück weit gefunden. Aber das, was uns eint, ist, glaube ich, tatsächlich einfach, wir haben total Lust aufs Produkt, total Lust auf die Zielgruppe. Wir haben beide diesen Gründer-Drive und wollen was machen, wir wollen was verändern und das mit aller Aufmerksamkeit und allem Herzen. Und ich glaube, dann kann es eigentlich nur gut werden. Genau, ich bin so die Kreative und ich bin eher die Rational-Analytische, würde ich sagen. Das ist eine perfekte Mischung, tatsächlich. Ich habe mich schon bei vielen Gründerteams so gesehen. Das heißt, bei euch ist es so, dass ihr nicht nur Brillen produziert, Brillendesign für Kinder, sondern es ist auch noch ein Sensibilisierungsthema. Möchtet ihr eben an Schulen gehen, kleine Kinder, Eltern vor allem auch nochmal eben informieren oder aufklären, besser gesagt, wie macht ihr das? Und habt ihr hinter der Brand-Manty-Manty noch eine größere Mission und Vision, die ihr verfolgt? Also bleibt es jetzt bei den Brillen oder geht es noch ein paar Schritte weiter? Also Pläne gibt es natürlich unglaublich viele. Vielleicht zum ersten Teil der Frage, wie machen wir das eigentlich? Also da gehört Pressearbeit dazu, ganz viel Social-Media-Aufklärung, Content-Arbeit. Und wir bieten zum Beispiel auch kostenlose Sehtests bei uns im Store in Hamburg an, die beim Kinderarzt zum Beispiel immer eine Wahlleistung sind, wofür man zahlen muss. Einfach um diese Dunkelziffer auch zu verkleinern und den Leuten, die das vielleicht nicht zahlen können, die Chance zu geben, erstmal so einen Vorcheck zu machen. Muss ich vielleicht mit meinem Kind zum Augenarzt? Es gibt halt keine offizielle Aufforderung mehr vom Staat sozusagen, dass man mal mit seinem Kind zum Augenarzt gehen sollte. Dadurch ist das ein Thema, was immer viel zu weit nach hinten rutscht und die meisten Kinder kriegen ihre Brillen viel, viel zu spät. Erst wenn es halt auffällig wird, zum Beispiel in der Schule. Und gleichzeitig haben wir auch politisch ein Thema. Also die Zuzahlung für eine Kinderbrille bezieht sich nur aufs Glas. Sie ist außerdem sehr gering, aber wir alle wissen, Gläser halten nicht ohne Rahmen. Und deshalb muss sich da auch da noch was verändern, dass eben Eltern nicht nur daran gebunden sind, was können sie am günstigsten kaufen, sondern was können sie kaufen, wo das Kind eben auch sagt, ich kann mich damit wohlfühlen. Das ist jetzt aber so sehr hands-on und wenn wir quasi in die Zukunft einmal so ganz nach vorne gucken, dann wollen wir, dass am Ende Kinderbrille mit Manti Manti unweigerlich verknüpft ist in den Köpfen. Und unser Ziel ist halt, so eine ganze Welt da rumzubauen. Also wir heißen Manti Manti, weil der Mantis Schwimm das am besten sehende Lebewesen auf der Welt ist. Und wir haben ein kleines Unterwasser-Team, ein Unterwasser-Freundesquad sozusagen entwickelt. Das sind die Mantis. Manti, der Mantis Schwimm ist eben der Schwimm, der so gut sehen kann und der sieht, was in der Welt gut läuft und nicht so gut läuft. Und das möchte er seinen Freunden auch ermöglichen und hat diese Brillen, diese magischen Brillen entwickelt. Und da geht es eben auch darum, gerade Content-Welten zu haben mit Hörspielen. Wer weiß, vielleicht wird es irgendwann eine Kinderserie werden. Vielleicht haben wir irgendwann einen Erlebnispark, wo es um Wissen geht und um Illusionsthemen und so weiter. Also tatsächlich ist dieses Erlebnis Brille, wir haben dieses Produkt, aber das Erlebnis Sehen, was wir damit ermöglichen können, das wollen wir mit einer ganzen Welt eigentlich in die Welt tragen. Superspannend. Auch echt coole Vision, die ihr da habt. Wie ist das? Ihr habt gerade den Store angesprochen. Ihr habt einen eigenen Store. In den letzten Jahren habe ich gemerkt, wenn man durch die Straßen läuft, poppen immer mal wieder so Brillenstores auf und die sehen mittlerweile alle aus wie Apple-Stores. Also wirklich alles sehr clean, sehr minimalistisch. Ja. Zumindest das, was ich so gesehen habe. Ein bisschen anders. Es ist ja trotzdem ein sehr angestaubtes Medizinprodukt, die Brille. Ist es eine Herausforderung für euch, in diese Strukturen erstmal reinzukommen? Zum einen war es schwierig oder grundsätzlich diese Strukturen noch aufzubrechen. Ich glaube, da hilft, dass wir beide nicht aus der Optik kommen, sondern wirklich es einfach von Anfang an so gemacht haben, wie wir uns das einfach vorstellen. Ich bin keine Brillenträgerin und kannte mich mit dem Produkt am Anfang auch gar nicht so aus. Und wir haben einfach relativ straightforward gesagt, okay, so stellen wir uns das vor und so und so. Auch am Produkt und natürlich auch im Store dann zum Beispiel oder an den Touchpoints. So muss das sein. So kann es Spaß machen. Und was muss das eigentlich alles mitbringen? Ohne zu gucken, wie machen es alle anderen? Und dann zu gucken, wie gehen wir davon weiter? Sondern wirklich komplett out of the blue zu sagen, wie wollen wir es eigentlich haben? Und ich glaube, das hilft manchmal dann sehr, wenn man nicht schon in so einem Thema so drin steckt. Ja, ich glaube, unser Laden sieht so aus, wie ein Apple-Store aussehen würde, wenn die was für Kinder machen würden. Also wir sind bunt, wir haben organische Formen, wir haben unterschiedliche Texturen. Man kommt rein und denkt so, wow, was gibt's hier eigentlich? Man kann das eigentlich noch gar nicht richtig erahnen. Und ich glaube, das ist eigentlich schon der allererste Herzöffner. Ja, also die Kinder kommen rein und es ist so, wow, und dann haben die total Lust, sich darauf auch einzulassen, auf das Produkt, das anprobieren und gehen am Ende auch mit einem strahlenden Gesicht raus. Und das ist so dieses Erlebnis-Thema, was wir mitgeben wollen. Es gibt ja einen kleinen Erlebnistunnel bei uns im Laden und wenn sie dann alles gut mitgemacht haben, dann dürfen sie an unseren Hellsee-Automat und sich da noch was rausziehen. In Berlin gibt's ein Bällebad im Showroom. Also das ist sozusagen erstmal anders gedacht und gleichzeitig merkt man aber auch die vermeintlich angestaubte Brillenindustrie. Wir waren jetzt auf einer sehr großen Messe, es gibt nur ein paar in Europa, die relevant sind. Es gibt ein großes Bedürfnis auch bei den vermeintlich angestaubten Optikern nach Erneuerung, gerade für die junge Zielgruppe was anderes zu machen. Und die lieben das Packaging, die holen das ganz oft vor. Das ist für die auch ein Tool, um mit Kindern nochmal anders ins Gespräch zu kommen, um ihnen Lust zu machen auf eine Brille. Und da sehen wir uns total, dass wir, wir sind so the odd one out, aber es macht eben auch Spaß, das zu sein und man merkt, wie eine große Dankbarkeit dafür da ist und die uns auch einfach machen lassen. Und deswegen klappt das auch ganz gut. Wir sind jetzt irgendwie bei 80 Optikern in Deutschland, Österreich und Schweiz. Es sollen noch viele mehr werden, aber ja. Wie ist es denn, viele werden sich wahrscheinlich oder viele Eltern werden sich immer die Frage stellen, Kinderbrillen wachsen, die Kinder wachsen ja teilweise recht schnell. Wie ist es, wie geht ihr mit dieser Problematik um, dass diese Passform dann nicht mehr der Kopfgröße gerecht ist? Und genau, habt ihr da auch eine Lösung für? Ich bin mir sicher, die Frage wird aufkommen, vor allem, wenn es dann auch ins Voting kommt. Vielleicht könnt ihr da ein bisschen aufklären oder vielleicht eben mal denen ein bisschen entgegenwirken. Also wir begleiten die Kinder im Alter von zwei bis circa zwölf Jahren und haben jedes Modell in drei verschiedenen Größen. Und wenn man sich für ein Modell entschieden hat, kann man das auch individuell nochmal anpassen. Also es gibt zum Beispiel am Nasenbereich drei unterschiedliche dicken von Nasenpads. Das heißt, wenn die Nase wächst, dann kann ich da ein bisschen adjustieren. Ich kann die Bügel selber auch ein bisschen adjustieren. Also mit einem Modell kann man auf jeden Fall ein bis zwei Jahre sozusagen mitmachen, je nachdem, in welcher Wachstum das Kind natürlich ist. Wenn man dann unbedingt das gleiche Modell haben will, kann man es auch einfach eine Nummer größer dann nehmen. Ja, ich glaube, wichtig ist zu wissen, dass die meisten Eltern gehen gar nicht davon aus, dass eine Brille drei, vier Jahre oder länger halten soll wie bei uns Erwachsenen. Es ist zum einen dem Wachstum geschuldet, aber zum anderen natürlich auch dem, dass Kinder einen anderen Lebensalltag haben. Die meisten von uns stehen morgens auf, machen sich ihr Frühstück und so weiter, bringen vielleicht noch die Kinder in die Schule, in die Kita und dann sitzen die am Schreibtisch oder wo auch immer. Und es ist relativ ruhig. Bei Kindern sieht das anders aus. Die toben, die sind draußen, die machen alles Mögliche. Und vielleicht ist es an der Stelle ganz gut, ein bisschen zu verstehen, wie unser Produkt ist. Ja, weil sie sind super flexibel. Pippa hat eben schon gesagt, wir haben hier diese verschiedenen Einstellmöglichkeiten. Wir haben diese kalt anpassbaren Bügelenden. Und es ist eine extrem leichte Brille. Also erst mal stört es Kinder nicht. Das heißt, dadurch können die die sehr bequem tragen. Aber durch das Flexible und das ultrarobuste hält unsere Brille insgesamt relativ lang. Also dieses klassische Thema hatten wir bis jetzt. Wir sind jetzt seit acht Monaten am Markt. Haben wir eigentlich gar nicht, dass irgendwie Scharniere rausbrechen und so weiter, weil das Material das nicht mitmacht, sondern diese Flexibilität, die wir haben aus einem 100 Prozent nachhaltigen Rohstoff, nämlich Rizinus, ganz zu Recht auch Wunderbaum genannt. Das macht es eben möglich, dass die Brille recht lange hält. Gegen das Wachstum können wir nichts machen. Da können wir nur sagen, wir haben noch andere coole Brillen. Die gibt es auch noch mal in größer. Kommt vorbei. Aber ich glaube, wichtig ist zu wissen, dass wenn man sich für eine Brille entscheidet, dass man mit der Brille, solange die passt, relativ weit kommen kann. Mega cool. Wie seid ihr denn finanziell aufgestellt? Ihr habt jetzt schon zwei Stores angesprochen. Habt ihr einen Online-Shop? Habt ihr Fremdkapital in eurem Unternehmen? Seid ihr beides die Shareholder oder gibt es noch andere Menschen, die da involviert sind? Genau. Also zum Thema Fremdkapital. Wir haben eine erste Finanzierungsrunde gemacht. Das ist ja ganz oft so, wenn man gerade Produkte macht, dass man für Produktentwicklung Produkte vorfinanzieren, eine gewisse Lagerhaltung und so weiter eben auch ein bisschen Anschubfinanzierung braucht. Das haben wir mit Business Angels gemacht im März 2023. Und es hängt vor allem damit zusammen, dass man hier vorne sieht man so eine Box, wo fünf Brillen drin liegen. Wenn Menschen bei uns auf der Seite, also in unserem eigenen Online-Store eine Brille kaufen wollen, dann suchen sie sich ihre fünf liebsten Modelle in ihren richtigen Größen aus. Und wir schicken das nach Hause, eben in genau dieser Box in einer nachhaltigen Versandverpackung, die wir selber gestaltet haben und mitliefern. Und dann probieren die das an. Oftmals machen wir noch eine Online-Beratung und dann entscheiden die sich. Das bedeutet aber natürlich auch, dass wir mehr Brillen da haben müssen, weil aus fünf Brillen wird am Ende eine gekauft. Und das ist eben zum Beispiel auch ein Thema beim Thema Vorfinanzierung und Produktentwicklung. Aber wir sind auch nicht mehr nur noch in unserem Online-Shop, sondern eben auch noch im Laden in Hamburg und im Showroom in Berlin. Und eben wie gesagt jetzt auch schon bei den traditionellen Optikern. Und das ist ein super guter Mix. Und am Anfang hätten wir das gar nicht unbedingt gedacht, dass gerade auch der stationäre Handel mit den traditionellen Optikern für uns so ein großes Thema ist. Aber es macht total Spaß, mit denen auch zu arbeiten, deren Expertise mit einfließen lassen zu können. Und natürlich auch für KäuferInnen, die noch, sagen wir mal, ein bisschen vorsichtiger sind, auch eine Möglichkeit zu haben, in ihrem Umfeld relativ schnell einen Optiker zu haben, wo sie manche kennenlernen können, aufprobieren können und sich super betreut fühlen. Was würdet ihr denn mit den 100.000 Euro machen, wenn ihr jetzt tatsächlich gewinnen würdet? Also eins unserer Ziele ist, tatsächlich am Produkt noch eine Weiterentwicklung zu betreiben. Und zwar haben wir eine Idee für ein eigenes patentierbares Scharnier. Das würde dem Produkt zum einen noch mehr Flexibilität geben und die Nachhaltigkeit noch mal ein Stück steigern, weil das ist unser einziges Metallteil. Und darauf könnten wir dann sozusagen verzichten. Und da muss aber noch ordentliche Entwicklungsarbeit reingesteckt werden, weil es natürlich auch kein Standardteil ist. Genau, das ist eins unserer Ziele. Und zusätzlich wollen wir auch noch eine weitere Kollektion auf den Markt bringen. Also es gibt viele Pläne. Genau. Ja, und wenn man irgendwann den Wissens-Science-Erlebnispark haben würde, muss man Gas geben, ne? Das stimmt allerdings, ja. Den würde ich mir auch persönlich mal anschauen. Cool. Ihr habt es geschafft, euch gegen 2.500 andere BewerberInnen durchzusetzen, jetzt in die Top 10 zu kommen. Warum sollten die BesucherInnen dann auch auf unserer Seite oder die ZuschauerInnen für euch im Online-Voting stimmen? Ja, ich meine, Kinder sind die Zukunft, ja. Und die Welt ist nicht perfekt, aber ganz viele Produkte versuchen sie vor allem zu optimieren für uns Erwachsene. Und ich glaube, es ist Zeit, dass wir Kinder in den Fokus stellen und ihnen eben auch einen scharfen und ungetrügten Blick ermöglichen können. Das mit einem Produkt, was so nachhaltig ist, dass es eben auch für sie klimatechnisch noch Sinn macht für diese junge Zielgruppe. Und ja, also ich glaube, wer den Trend ernst nimmt und selber Elternteil ist und merkt, wie viel mehr Kinder eine Brille brauchen, die freuen sich, wenn die am Ende sich wohlfühlen und eben so eine Brille nicht im Ranzen verschwindet, wo sie am Ende gar keinen Impact mehr hat. Gibt es noch etwas, was ihr unbedingt noch loswerden möchtet oder was ihr noch sagen möchtet? Zu euch, zu Mantimanti, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. Unser Ziel ist es, dass wir eine Marke schaffen, dass selbst Kinder, die vielleicht keine Brille brauchen, unbedingt eigentlich eine haben wollen. Und dafür haben wir aber zum Beispiel auch eine kleine Sonnenbrillen-Kollektion geschaffen. Genau, die... Es gibt sie für groß und klein. Genau, als Minimi-Kollektion. Genau, das heißt, Suse könnte jetzt im Partnerlook mit ihrem Sohn durch die Gegend laufen. Mega cool. Gibt es die auch mit Sehstärke, also die Sonnenbrillen mit... Man kann alles unterschiedlich verglasen lassen, genau. Man kann sich auch jedes einzelne Modell sozusagen mit Stärke in Sonnenbrillen-Gesern verglasen lassen. Super cool. Ja, vielen lieben Dank für das Interview und auch für die Beantwortung der Fragen. Hat wirklich Spaß gemacht und ich finde die Brillen wirklich sehr, sehr stylisch. Also, ich hatte auch als Kind so ganz hässliche Brillen. Ich habe es immer gehasst. Das ist auch problematisch. Ich kann das nachdenken. Mittlerweile ist aber auch wieder so ein Identifizierungsthema. Wenn ich jetzt ohne Brille rumlaufen würde, dann würde ich komisch aussehen. Das geht mir auch so, wenn ich mich in den Spiegel angucke ohne Brille. Das ist halt so... Das ist einfach... Oder wenn man eine neue trägt. Ich sitze schon so lange im Gesicht. Ja, bei Erwachsenen ist das halt so unfair, ne? Weil bei Erwachsenen dürfen damit sich irgendwie voll, ne, haben eine Zwei-Dritt-Brille, gehen irgendwie in die coolsten Läden und voll das Fashion Accessoire. Und bei Kindern ist es so... Ich brauche eine Brille. Ich muss irgendwie in so einen doofen Optiker. Dann kriegen die so einen Gummisteg hier. Oh Mann. Das ist dann schwierig. Ja. Wenn dich Susi und Pippa von MantiManti überzeugt haben, dann habt ihr bis zum 5. Mai die Möglichkeit, auf dein-traum.lexwear.de abzustimmen.